Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Jeanette Fritsch, der Inhaberin von JNCC Coaching und Consulting über äußere Veränderungen im Alter 40+. Jeanette, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Wir freuen uns sehr, dass du heute angereist bist für das Interview und wir haben heute ein Thema, was Gott sei Dank nicht mehr zu den Tabus gehört, wie es viele Jahre lang war, und zwar reden wir über Menschen über 40. So, und mittlerweile weicht das ja alles Gott sei Dank auf, auch aufgrund von Diversity. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn die große Vier erst einmal als Zahl dasteht beim Geburtstag, dass man bemerkt, naja, die Jugend lässt so langsam nach und der Körper verändert sich natürlich auch. Das ist ganz normal. Du begleitest Menschen in diesem besonderen Lebensabschnitt oder ab diesem besonderen Lebensabschnitt und du bist Expertin für Wohlfühlkörper ab 40+. Was sind denn so typische äußere Veränderungen, die man ab diesem Alter dann feststellt und die sowohl Frauen als natürlich auch Männer beschäftigen? Ja, also bei den Männern kommt es ein paar Jährchen später, bei den Frauen ist meistens natürlich diese psychologische Schwelle mit der Vier da vorn, wo viele hadern und danach dann im Spiegel so die ersten Fältchen finden und wir haben ja auch so böse Worte dafür wie Krähenfüße, Nasolabialfalte, also alle solche Begriffe, die es in anderen Sprachen wahrscheinlich gar nicht geben wird. Das sind so die ersten, wobei mit einem Lachfältchen kann man meistens noch leben. Was die nächsten Probleme oder Problemfältchen sind oder was die Menschen unglücklich macht, gerade Frauen, ist, wenn es halt einfach alles der Schwerkraft nachgibt. Ja, also es fängt an, dass diese V-Linie, diese Hängebäckchen kommen. Das zieht häufig dann einfach auch den Mundwinkel mit nach unten, sodass man oft diesen müden, genervten Gesichtsausdruck hat und im restlichen Körper, ja, du kennst vielleicht den Begriff Winkearme und die gibt es natürlich leider nicht nur an den Armen. Ja, also wir kennen das dann, wenn einfach die Haut schlaffer wird. Müssen wir uns denn grundsätzlich oder sollten wir uns damit nicht einfach abfinden, okay, unser Körper verändert sich, Punkt, das gehört dazu oder können wir aktiv etwas dagegen unternehmen? Naja, ich bin der Meinung, es ist kein Schicksal und es ist eben nichts, womit man sich abfinden muss, sondern man muss eigentlich ganz klar sagen, wir sind der Schöpfer dessen, wie wir aussehen und in dem Moment, wo ich Schöpfer dessen bin, kann ich auch was verändern. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, ja, es gibt ja heute alle Möglichkeiten, ja, wir wissen es selber, mit jeder Art von Spritze, du kannst Botox, Hyaluron, Kollagen, sonst was aufpolstern. Nur, was mir wichtig ist, ist festzustellen, dass die Äußerlichkeit einfach nur ein Spiegelbild von der Innerlichkeit ist. Also was bringt es mir jetzt außen, mir irgendwelche Kosmetik oder kosmetischen Behandlungen zuteilwerden zu lassen, wenn doch innerlich meine Zellen trotzdem weiter altern. Deswegen bin ich der Meinung, von innen heraus ändern und dann ist es wirklich spannend und interessant. Und da bleiben wir gleich mal bei dem Thema. Gibt es denn bestimmte Mangelerscheinungen, die ich vielleicht über die Jahre mitgenommen habe oder die sich vielleicht doch gerade ab dem Alter, ab 40 entwickeln? Ja, und das fängt schon sehr viel früher an. Also wir haben zwei Punkte. Wir haben zum einen einen Mangelzustand und zum anderen einen Dysbalance-Zustand. Mangel ist einfach, wir wissen heute, dass der Zenit des menschlichen Körpers, Mann wie Frau, mit ungefähr 30 erreicht ist. Und danach baut der Körper manche Stoffe immer langsamer auf oder nicht mehr auf. Und dazu gehören Kollagen, Q10, Vitamine, Mineralstoffe, die uns einfach durch die Ernährung fehlen. Und die halt langsam immer weniger werden im Körper. Dann kommt natürlich auch der Lifestyle dazu. Je mehr Stress ich habe, umso mehr Verbrauch habe ich von dem, was mir mitgegeben wurde von Natur aus oder von den Kinderschuhen her. Und umso schneller altere ich dann. Und deswegen, ja, die Mangelzustände sind definitiv ein Thema, an dem man arbeiten darf. Aber an dem man auch sehr, sehr gut arbeiten kann. Jetzt hast du natürlich Erfahrung, weil du bist Expertin in diesem Gebiet. Wie verändert sich denn mein Körper, wenn ich diesen Mangel oder diese Menge behebe? Ja, das sagt uns die Wissenschaft. Die letzten 15, 20 Jahre ist ganz viel in der Wissenschaft passiert. Besonders in den USA und in Dänemark hat man viel geforscht. Es wurden Nobelpreise dafür verliehen, dass man herausgefunden hat, wie Altern funktioniert. Und Altern ist nichts anderes als, wir haben eine gewisse Lebensspanne. Also über die sprechen wir auch gar nicht, dass wir die irgendwie endlos nach hinten schieben. Aber wenn wir uns ansehen, dass wir heute mit 50 eigentlich genau genommen erst die Hälfte unseres Lebens hinter uns haben. Wir könnten nochmal genauso lange. Ist ja die Frage, wie gestalte ich mir die zweite Hälfte? Und da kann ich, wenn ich die Mangelzustände erkenne und wirklich als Ganzes angehe. Es ist nicht diese Einzelsubstitution, wie uns oft die Industrie sagt, ja dann nimm halt Q10 oder dann nimm halt Kollagen. Das alleine funktioniert nicht. Aber in der Kombination hat die Wissenschaft nachweisen können, dass Zellen sich wieder verjüngen. Und das sieht man äußerlich. Also man sieht tatsächlich, wie Gesicht wieder straffer wird. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Du verfolgst mit deiner Beratung auch einen analytischen Ansatz. Wie genau sieht denn so ein Coaching bei dir aus? Ja, also für mich ist ganz wichtig, den Menschen als Ganzer zu sehen. Und es ist jetzt egal, ob die Frau mit einem äußerlichen Beschwerden, dass sie einfach sagt, ich sehe so müde und schlaff aus. Oder ob sie mit anderen Beschwerden kommt. Wichtig ist herauszufinden, wie ist der Lifestyle? Wo kommst du her? Wie sieht dein Leben aus? Deine Ernährung? Dein Stresszustand? Das sind alles Parameter, die zusammengehören. Und manchmal ist es auch tatsächlich notwendig, sagen wir mal 90 Prozent der Fälle kann ich dir auf den Kopf zusagen, wenn du mir einiges erzählst, wo wir ansetzen können. Aber manchmal ist die eine oder andere Analyse nicht schlecht. Und da kann man mit Blut und mit Speicheltests den Zustand des Körpers genau definieren und dann auch wirklich punktgenau ansetzen. Unsere ZuschauerInnen, die jetzt das Video schauen, die wird wahrscheinlich auch eine Frage ganz brennend interessieren. Wenn ich ein Coaching bei dir mache, wenn du mich analysierst, wenn wir einige Maßnahmen ergreifen, um eben diese Mangelerscheinungen zu minimieren, wann sehe ich die ersten Ergebnisse der Veränderungen? Ja, das ist wirklich spannend. Also die meisten Coachings laufen acht bis zwölf Wochen. Natürlich habe ich auch Menschen, die ich ein halbes Jahr oder ein Jahr begleite, aber das sind dann meistens größere Themen. Aber so im normalen Coaching ist so acht Wochen ein gutes Mittelmaß und ich bekomme immer wieder Mails schon nach drei Wochen, wo die Leute mir sagen, hey, es ist unglaublich, wenn ich jetzt anschaue, was sich gerade bei mir verändert. Also gerade wenn man die Ganzheit des Körpers anschaut, ist eigentlich das Erste, dass die merken, oh, Energie kommt. Und dann merken sie es als nächstes aber auch schon im Spiegel. Bemerkst du bei deinen Klienten und Klientinnen auch eine positive Veränderung im Gemütszustand? Also sicherlich kann man äußerliche Sachen verändern und man kann sich ein bisschen fitter machen. Aber hat das auch Auswirkungen, dass die einfach so ein bisschen lebensfroher wieder sind und mehr Energie haben für bestimmte Sachen? Ja, das eine gibt es eigentlich nicht ohne das andere. Das ist das Schöne daran. Also wenn jemand seine Haut verschönen will, wird er als neuer Mensch rausgehen. Denn wir arbeiten zusammen an der hormonellen Achse. Das Thema ist einfach, dass wir mit Mitte 30 anfangen. Denn wir Frauen mehr als die Männer, Männer merken es nicht so, aber wir Frauen durch unseren Zyklus, haben ein ziemliches Hormonpingpong in unserem Körper. Und das hat unglaubliche Auswirkungen auf unsere Stimmung, auf unseren Gemütszustand. Das kann bis zur Depression gehen. Das kann bis zum Burnout führen, was oft dann mal in die psychologische Schiene gepackt wird. Es hat aber immer damit zu tun, dass der Körper nicht ausbalanciert ist und dass ihm wichtige Parameter fehlen. Und deswegen, ja, wer bei mir im Coaching ist, geht definitiv voller Energie und voller Elan in die zweite Hälfte seines Lebens. Das ist eine wunderbare Win-Win-Situation, liebe Janett. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Und gerade über dieses Thema finde ich toll. Danke. Sehr gerne. Danke. 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 Danke.